Und weiter geht's mit Madeleine und die ist auch 19. Guten Morgen. Guten Morgen, Dumia. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist. Danke schön. So, was ist denn dein Thema? Ich habe einen Geist. Was hast du? Ich habe einen Geist. Du hast einen Geist? Ja. Wie, du hast einen Geist? Wo? Ja, hier. In der Wohnung? Ja, nicht in der Wohnung, die ist auch überall, wo ich bin. Also, die ist nicht permanent bei mir, sondern mir manchmal. Die passt auch nicht auf und gibt mir Ratschläge und ist einfach für mich da. Du bist verrückt. Wie heißt der Geist? Pant. Ernst? Pant. Pem. P-A-M-T-S. Pant, ja. Wann hast du diesen Geist zum ersten Mal wahrgenommen? Äh, vor drei Jahren, als ich nachts aufgewacht bin, stand sie auf einmal auf dem Flur. Und wie siehst du diesen Geist? Ich sehe den manchmal. Also, wenn sie sich mir zeigt, dann sehe ich sie auch. Ich kann mit ihr reden. Und ja. Wie sieht sie aus? Das ist eine ältere Dame, so um die 65, 70, hat einen Mittelscheitel, zusammengebundene Haare, leuchtend grüne Augen, einen grünen Smaragdring an der Hand, langes, dunkles Gewand, ja. Hast du zu viele Mystery-Serien gesehen? Gar nicht. Sieht der Geist dann so richtig aus wie ein Mensch oder irgendwie so ein bisschen vernebelt? Nee, die sieht richtig aus wie ein Mensch. Hast du den schon mal angefasst? Ja. Kann man Geiste anfassen? Also, ich kann Tänz anfassen. Nein. Ich kann ja die Hand nehmen. Doch. Wie fühlt sich dein Geist an? Ja, die fühlt sich ganz normal an. Da ist irgendwas, aber auch irgendwie nicht. Wie solltest du fallen? Du hast ihre Hand angefasst? Ja, die nimmt mich auch manchmal so an. Die Hand nimmt mich mit. Wie fühlt sich die Hand denn an? Kalt. Kalt. Also, wie eine Leiche. Ich weiß, jetzt bin ich bescheuert, aber es ist so. Und sie spricht auch. Sie spricht auch, ja. Wie beschreibt man die Stimme von ihr? Die hat nur ganz tiefe Stimme so. Die erinnert mich immer so an Bonnie Tyler oder Alice Cooper. Kannst nur du den Geist sehen? Ja, und ich kann die auch nur so hören oder so. Aber die kommt jetzt auch manchmal hier in den Raum rein und macht das Licht an und aus. Das sehen auch andere Leute. Das ist ja total gruselig, was du mir da erzählst. Die erste Zeit hatte ich, ich wohne alleine, die erste Zeit hatte ich so Angst. Aber mittlerweile ist das für mich ein täglicher Begleiter. Ich habe ja schon Angst hier, während ich das höre. Ist der Geist jetzt in deinem Zimmer im Moment auch? Nee. Aber die war vorhin vor drei, vier Stunden war die hier und hat manchmal gefragt, was ich heute gemacht habe. Und dann hast du so erzählt? Ja, also mittlerweile erzähle ich ihr auch was. Und manchmal kommen auch andere Geister hierher. Ach, die kannst du auch sehen? Ja, aber nur einige. Bei anderen spüre ich halt nur diese negative Energien. Du bist ja drauf. Du siehst Geister, sogar viele. Also bis jetzt habe ich nur drei Stück gesehen. Immerhin, das kann nicht jeder sagen. Tent hat gesagt, ich bin ein Medium. Ja. Und sie hat mir auch zum Beispiel erzählt, ich bin fast Krankenschwester. Und sie sagt auch, wenn Raben, schwarze Raben vorm Krankenhaus sind, dann sind das auch Leute, also Geister aus der Unterwelt, die für tot stehen. Und ich habe da jetzt echt mal drauf geachtet. Und wenn jemand steht, dann sind da meistens wirklich schwarze Raben vorm Krankenhaus. Du gehst da ganz locker mit um. Mittlerweile habe ich da keine Angst mehr vor. Hast du mit? Weil ich weiß, das kann es nicht beschützt. Hast du mit dem Geist auch über deinen geplanten Anruf hier gesprochen? Nein. Das hätte mich ja interessiert. Was Geister dazu sagen, wenn man in so einer Sendung anruft? Aber ich kann dir sagen, was passiert, wenn man schlecht über sie redet? Ja. Ich finde den Geist super. Ich finde den super. Sag mal, was passiert, wenn man schlecht über ihn redet? Sie hat den unheimlich Angst an. Das habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen, habe ich das nach vorne erzählt. Und die hat sich da total drüber lustig gemacht. Ich wäre doch krank. Ich wäre gestört. Ich sei zum Psychologen. Bei dem hat sie Klopfen in ihrer Wohnung an der Wand und die Glühbirnen brennen durch. Und sie schiebt da total Paranoia. Und das ist jede Stunde an. Komm schnell hier rüber. Guck dir das an. Also, ich finde deinen Geist absolut super und freue mich, dass der Geist da ist. Und ich mache mich über ihn überhaupt nicht lustig. Das würde ich dir auch nicht empfehlen. Nein, 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 nein. Ich fände es nur sehr spannend, wenn der Geist jetzt da wäre und ich den Geist was fragen könnte und du quasi übersetzen würdest. Aber kannst du ihn nicht herzaubern? Nein, leider nicht. Die kommt und geht manchmal. Wo hält sie sich denn auf, wo hält der Geist sich auf, wenn er nicht bei dir ist? In der Unterwelt. Hat sie mal ein bisschen was von der Unterwelt erzählt? Ist doch spannend. Die ist in der Hölle. Also, die hat viel mit Lucifer zu tun. Sie nennt sie den Satan. Ich habe nicht verstanden. Hat sie es mit Satan zu tun? Nee. Ja. Doch, oh. Aber dann ist es doch ein böser Geist, wenn sie mit... Nein, der hat sich lieb. Ah. Also, es gibt den Satan, sagt sie. Sie sagt, es gibt den Satan und ich glaube das auch. Wenn es Gott gibt, gibt es auch Satan. So könnte man das logisch verknüpfen unter Umständen, ja. Ja. Hat sie dir denn schon mal so einen Rat für dein Leben gegeben, wie man ordentlich und wie man den richtigen Weg geht? Nein, sie hat nur gesagt, ich darf auf gar keinen Fall, dass es halt sein kann, dass mich auch andere Geister aufsuchen und dass ich meine Seele an Lucifer verkaufen soll, also an den Teufel, dass der später meinen, sag ich mal, meine Seele einnehmen darf und behalten darf. Die redet mir das völlig von ab, weil der halt böse ist. Hast du einen Freund? So einen festen Freund? Ja, einen festen Freund. Nee, ich glaube, wenn ich ihm das erzählen würde, würde der Schreinsack laufen. Wenn du ihm das erzählen würdest, meinst du? Nein, wenn ich einen Freund hätte und würde dem das erzählen, der würde für heulen rauslaufen. Ja, aber so kann es ja nicht weitergehen, du musst ja irgendwann mal einen Freund haben. Bis jetzt brauche ich keine Männer. Was? Bis jetzt geht das so. Was? Für Sex brauchst du keine Männer? Ach, nein, also allgemein brauche ich bis jetzt keine Männer. Ach, bis jetzt? Entschuldige, ich habe verstanden, für Sex brauche ich keine Männer. Ich verstehe, aber Stichwort Sex ist ein gutes Stichwort. Weißt du, was mich total hemmen würde? Wenn ich so einen Geist an der Backe hätte, natürlich einen Geist freundlich hier im Raum her, der kann einen... Die ist manchmal dabei. So, der sieht dich dann, wenn du mit deinem Freund oder wenn du alleine Sex hast. Schämst du dich denn da nicht? Nee. Nee? Ich meine, warum denn auch? Ich meine, in einem Laushaus hast du doch auch ständig Sex und mit denen andere Leute und wie ist ein Geist, dann soll ich das denn erzählen. Gibt sie so? Gibt es denn in der Unterwelt auch Sex? Haben die Geister auch Sex miteinander? Darüber habe ich mit ihr nicht geredet. Man muss vorsichtig sein, man muss überüber mal mit geredet. Ah, verstehe. Die wird schnell böse. Also man darf keine alberne Frage stellen. Nein, die wird echt schnell böse. Wobei das ja keine alberne Frage ist. Das ist eine berechtigte Frage. Frag sie doch mal so ganz einfache Sachen wie, was ist der Sinn des Lebens? Na ja, ob sie mir das beantworten kann. Na also, wenn ich es als Geist schon nicht weiß, wer soll es denn dann wissen? Ich weiß nicht. Meine Freundin hat schon mal gefragt, wo sie anwesend war, also wo Pans anwesend war, aber sie wusste das nicht. Ob Pans eigentlich nicht ihre Wachen, also ihre Wachen wäscht. Sie hat immer das Gleiche an. Da ist eine Vase runtergefallen. Das fand ich nicht witzig. Wer ist da runtergefallen? Eine Vase? Eine Vase, die auf dem Tisch stand. Ja, ja, ja. Mensch, Madlen, du bringst mich ja ins totale Gruseln jetzt. Ach. Wenn ich gleich durch die finstere Nacht alleine nach Hause gehe. Das ist ja die Hölle. Dann sehe ich halt immerzu irgendwelche Geister. Siehst du nicht manchmal, wenn du rausgehst, so Schatten, so im Dom oder so? Ja, ein paar Penner hier am Dom sehe ich als Schatten, aber keine Geister. Nein, so allgemein, so Schatten, die so am Baum wegrischen, so. Nee. Das können auch Blätter aus dem Unterwald sein. Ja, vielleicht. Ich frage nur noch mal so ganz, du meinst das alles ernst, ne? Ich meine das wirklich ernst. Total ernst. Hier, der mich da erst vorher interviewt hat, ey, der hat, glaube ich, auch gedacht, ich bin völlig aufs Geruch oder so. Also, wir sind hier auf den Arm wehen. Ich meine das echt ernst. Hast du denn früher, bevor dieser Geist in Erscheinung trat, was hast du denn da über solche Sachen gedacht? Gar nichts. Ich habe mich da noch nie in meinem Leben mit beschäftigt, weil das Einzige, was ich halt, ich habe mich halt nie für Kirche interessiert. Ich habe mich schon immer für Satanismus interessiert. Ach so. Und mittlerweile bin ich halt schon so ein halber Satanist. Vorsicht, Vorsicht, das ist nun keine schöne Richtung. Also, nicht so wie du das jetzt denkst, dass ich jetzt Tiere töte und das Blut saufe hier. Nein, nein, nein. Nein, nein, aber du sollst ja nicht das Böse anbeten, sondern das Gute. Ja, dann hilfst du schon. Du bist doch, du bist angehende Krankenschwester, sagst du. Mhm. Da musst du doch nett und gut zu den Menschen sein und nicht böse. Das bin ich wirklich, aber ich kann auch ganz anders. Du kannst ganz anders? Ja. Wann, wann, wie kannst du? Ich kann auch ganz böse werden, da bin ich auch wie so vom Geist belassen. Mann. Also, Marlene, das Geheimnis können wir jetzt nicht lüften, was da mit dir los ist. Aber hier, meine Frau, die sagt sowieso immer, bei mir war Satan, weil ich habe von Natur aus rote Haare und die macht sich da immer lustig. Du bist eine süße kleine Hexe. Dankeschön. Also, du grüßt herzlich deinen wunderbaren Geist von mir. Mache ich. Und sag, ich kann gerne auf ihn verzichten, er soll alles machen, er muss nicht bei mir vorbeikommen oder sie muss nicht bei mir vorbeikommen. Und, ja, wir sollen mich in Ruhe lassen. Danke für den Anruf, alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Sind wir denn heute hier im Irrenhaus? Außerirdische, irgendwelche Sonnensysteme, wo man vorher geboren wurde, Geistererscheinungen. Mann, Mann, Mann. Wenn ich, sag euch, wenn ich hier mal ein, wenn ich das hier sehe in dem Studio, wenn hier plötzlich ist eine Gestalt, dann, weiß gar nicht, was ich hier machen würde, dann würde ich wahrscheinlich umfallen, ohnmächtig werden oder so. Wer weiß. Vielleicht schickt sie Madeleine den Geist ja hier noch rüber. Dann seht ihr den auch, vielleicht. Dann muss ich den Radiozuhörern den beschreiben, oje, oje. Sphärgie gekommen ist. Dann einmal die Radiozuhörer haben. Vielen Dank.